ARD Text im Auftrag von Funk Gott! Hat da ziemlich lange standen so Ich weiß halt nicht, ob eventuell sogar Pfeile eine Sache sind für die zweite Form Weil er halt relativ inaktiv ist, wenn er auf Abstand ist Weißt du, dann kommt ab und zu mal der Zauber wohl Manchmal fängt er einen Kran Ja, ich weiß halt nicht, ob du irgendwie schaden hast oder mit dem Pfeil Ja, aber das ist der letzte Clusterfuck, wenn der Dude an dich ranjammt Ja, wenn er halt einen eigentlich macht, dann fährst du auch an alle Ja, wisst ich Das ist halt Oh Oh ja Das ist Ach Och, Mutti, Alter Ja, das war an Muttern Das ist halt so irre, wenn der anfängt, dich abzubisieren Oh ja Weil der da rumdäht Pfff Ich fang mal auf den Däumen, wenn ich das nicht rauskomme Der Boss muss auch Down-Zug kriegen, sondern er wird verpackt Ja, ist er auch, aber Oh ja Ja, man hat die Zwischenhöhlen deines Hans-Irgendwas-Dings-Suchen-Kratzen-Fes am Gesicht jetzt Das ist es halt so, das ist es Das ist es Der gute Fien ist Ich glaube, ich sehe mich Ich glaube, ich sehe mich Danke, ich sehe mich Schmuck Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ich bin Ufff Ufff Ich muss das Kern sein Ich muss das Kern sein Ich muss das Kern sein Ich muss es leider nicht mehr anziehen Ja Das ist auch immer ätzend, wenn er diesen Schlag macht wo er mehr oder weniger mit beiden Schwergern zu fliegt Wird er? Oh oh Uhhhhhh Kamera Piss Alter Bring Na Da Da Das Da Kamera Piss D D D Das D D D D D D D Das kannst du da erstmal mal ein Nippon hin. Okay. Das steht jetzt einfach mal passiver an. Du meinst aber, kannst du den kleinen Geist abkennen? Hm. Ich weiss, dass du den erneut zauberst. Wahrscheinlich, ja. Ach, das... Hm. Warst du leicht? Was? Warst du leicht, weil ich die Papier geschaut? Äh, nein. Warst du leicht? Warst du leicht? Warst du leicht? Ja, da war er beschäftigt mit mir, glaube ich. Okay, aber manchmal spielt er noch also ein Kroll. Oh, was ist das denn da? Super. Wenn ihr beide in verschiedene Wischungen stecht, dann macht ihr mir Angst. Warte. Kroll dürfte eigentlich schon, oder? Die Kroll nur noch. Oh, der Hammer. Nein, er weiß es nicht. Ich glaube, es wird einfach ein bisschen aggressiver einfach rein gehen und... I don't know. Vielleicht ist das auch ein echter Thing, den Klon zu töten. Weil wenn er den... Weil wenn er den recastet, dann ja. Ja? Hast du Zeit den 1-2-2-2? Hast du den 1-2-2? Oh, darf ich erstmal in die zweite Form kommen? Nein, nein, nein. Komm ich eh nicht. Ich schätze nur 2-2-2-2 haben wir noch, falls wir es zu lange aushalten. Ja, schon 1-2 machen. Ansonsten fangen wir halt beim nächsten Mal wieder auf 0 an, so. Nee. Das ist halt uncool. Ich hab halt das Gefühl, dass er halt kurz vor Down ist, so. Ja, stimmt. Ja, jetzt fick dich, Boss. Ja, ohne Spaß. Ja, ohne Spaß. Ach, Kamera. Daaa. Warum sollte man ihn auch anvisieren? Wenn ich ja auch anvisieren kann. Komm. Ja. Das ist so gut. Dieser Angriff, ne? So, dieser Leech-Angriff ist doch echt okay. Ja, das muss kurz schleppen. Ah, der macht aber nur, wenn er den trifft. Oder... Da war mal... Vielleicht macht er dann auch so aus. Auch in Ordnung. Ach so, da war ich echt nicht mehr. Ja, aber jetzt mal, wenn er sich wieder zu den anderen supportet. Ah, er wird abgesucht. Oh, was? Das war kein Hits. Oh, mein Gott. Das war kein Hits. Das war sowas von kein Hits. Spiel verharsch, wir hören das. Das kommt ehrlich. Was für ein Scherz einfach nur? Das war einfach. Oder spiel gerne reporten, das war nicht nett. Ich denke, nein. Ah, jetzt halt ernsthaft, kurz davor gewesen zu töten. Ja, es fällt halt echt so nett hier so. Wahrscheinlich ist es mittlerweile draußen voll angenehm so. Ja, wahrscheinlich. Du, die ist hart am abschinken, am abschwitzen. Ja, Sauna-Erlebnis, hallo? Die Leute, die zahlen da Geld, ja. Das heißt... Oh... Ja... Verpiss... ...durch... ...durch... So... Oh... So... Okay. So... Falsche... Oh, das war auch die Falsche. Oh, ja klar. Das war auch die Falsche. Außen links. Nach hinten rollen ist fast. Pissen, Alter. Pissen wir mal. Ja. Zu viel Wasser. Nee. Ja, ich mach das jetzt. Easy. Ja, will ich sehen. Das siehst du ja dann nicht. Du musst ja dann pissen. Boys und Boys. Ich kann dir sagen. Ich bin auch immer noch nicht sicher, ob das mit den Pfeilen nicht eventuell auch nirgendwo ist. Müssen wir mal ausprobieren. Mach ich glaube ich auch gleich mal. Dann hier die zweite Form komplett. Boah. Dieses Wetter. Ganz ehrlich. Wer mag den Sommer? Ich weiß nicht. Hätten wir das auch wieder gekriegt. Dann würde ich vielleicht schon aufbauen sind, mein Vorhang. Nichts Oh, ist das ätzend Oh, ist das ätzend Oh, wie gut man den Angriff gesehen hat Ah, und da hat er auch nicht mehr Ich denke es Wie wollte Hahaha, hat jemand im Kopf? Oh, das war arschig Okay, danke, Gott stimmt, wo er schüssen Und da hat ihn Das sind keine Nets, meine Freunde, keine Nets Das sind keine Nets Ey, ganz ehrlich Ja, ich sehe genau, was gerade passiert Nicht Fuck mal da, ey Ich habe den Fall auf die Ich bin doch nicht mehr Ich bin doch nicht mehr Greedon, 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 hast du nicht gesehen? Bist du aufs Klo gegangen? Hast du nicht gesehen? Sag ich ihm sogar, Colt. Erster? Erster Versuch? Ja, das war der Versuch, wo du aufs Klo gegangen bist. Fälschlicherweise. Weiß ich auch nicht, wie man sowas. Wenn man nur den Gedanken haben kann, darf ich das nicht. Ich glaube, es ist einfach legit, dass man den Geist nicht sehen sollte, oder? Ja, den weiß ich nicht mehr. Habe ich es bereits gesehen. Ah, not it. So. Ja, wir sind fertig, Worte. Wir haben aber überhaupt 3 Stunden, 1 Minute. Nice! Wir warten und, aber bevor ich das vergesse, ich habe nämlich hier gerade, als der Fall geendet hat, stand ich vor so einem Schalter. Dann würde ich zumindest antagieren. Jetzt muss ich mal nehmen, was das kam. Nice! Klass! Oh, das sieht das aus und so ein bisschen so. Mal nach oben, mal nach oben. Ja, das macht's auf jeden Fall. Okay. Wir leveln jetzt noch, damit wir dann beim nächsten Mal einfach weiterlaufen können. Das ist ein bisschen, okay? Lass. Und dann wird gleich erstmal ganz geschmeidig geduscht, Alter. Und dann wird gleich erstmal ganz geschmeidig geduscht, Alter. Eiskalt. Eiskalt. Eiskalt, Alter. Eiskalt. 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 Krass, aber easy, Lukas. Ich muss auch. Ich brauche das Geld. Okay, dann kommen wir uns wieder zurück. Und dann werden wir uns jetzt gleich unter eine kalte Dusche stellen. Zusammen. Oh, Moment, eine Sache noch mal. Ja, zusammen. Ein Homo ist sehr gut, ich weiß nicht. Ich glaube, ich denke, dass die ja eventuell einmal jetzt anderen werden. So, sehen wir uns jetzt mal. Ehm, nein. Das noch. Brustschwert des Urteils. Vielleicht das kleine, das Brustschwert gibt, so. Urteils halt. Das klingt nicht cool. Aber, who knows. Brustschwert? Nein. Das ist, nein, da ist ja. Gottloses Brustschwert. Ich glaube, das ist eine Gottlose Flamme. Gottlose Flamme. Spürst vor und drücken. Das ist halt das große, denke ich. Ja, das ist das große und das andere und das ist das kleine. Und, äh, wo wir fahren, weil die König und Pfarrer so gelät haben, das ist der Pfarrer. Wir haben noch die Kaffe da auf dem Polen. Ja, weiß nicht, Mann. Ich weiß nicht, ja. Oder was, aber es ist doch... Ja, das ist Lothric. Ja, Lothric ist ein König. Ich glaube, das würde ich wohl auch fallen. Ja. Aber ja, Wächter des Abgrunds, das ist da, wo die Köpfe sind. Ja, Wester, schauen wir mal. Jungs. 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 Das будетt ITB. Jungs. 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 Ich bin ja mal gespannt, ob die dann noch... Ob wir jetzt wirklich Köpfe sammeln oder ob wir... Weill. Jungs. Niiiice. Ja gut, achso, ich hab was gerade noch. Ja, schon lange können erst das noch mal. Vielleicht. Brauchen wir eigentlich wirklich nicht. Weiß mal nicht, was macht's. Die Fäße ist gar nicht so dunkel geworden. Wir haben heute mal verzichtet, die Lammbahn zu machen. Die macht nämlich auch noch mal Wärme. Ich hab gerade bemerkt, draußen ist alles noch viel 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 kälter. Ich werde auch gleich mal dick stoßlüften, oder? Stoßlüften, oder? Ja gut, wir machen beim nächsten Mal hier weiter. Bis zum nächsten Mal. Tschau, tschau.